In dem Fall draußen Geh weg! Ja, bin schon weg Geh weg! Aua, ach komm schon So Sind welche übrig? Gar nicht nöt, doch rechts Ja! Sind noch genug da, oah, weg Wo denn? Da Und da Den ist Na, Scheiße Die gammeln alle da draußen an dem Ding rum Ich bin unsichtbar Ich hab keine Spezialen Neee Großbüßer Geranko Sch Ne Chalet jetzt, sch... Schlau gemacht Ja, das war Schön hinterm Doom Kock Zumtime guests ja ich bin runtergefallen missgeschickt den habe ich gerade ein signum geschenkt naja mal komplett da ist das könnte es könnten dinge werden vorzeitiges ende aber die renn halt auch immer zu erleiderung 1 1 2 1 sterben wie die fliegen zauber ich erkenne komplette vorherrschaft wenn ich sie sehe jawohl doch sind wir liefern so da haben wir quasi gerockt wir sind halt auch echt jedes mal alleine rumgegangen also ich habe immer noch zwei ich habe einen geist bekommen 85 jawohl schön wärs m ich ja ja ich bin ich wollte es nimmst mit weniger der kinder was auch neue suche komisch verstehe ich gar nicht nähe ich auch nicht ich fand das war ein tobi wir sind gleich ist doch nicht ja ich werde aber nicht 355 weil ich weder ein geist noch schuhe bekommen das ist halt einfach aber ohne im freien war ja da gibt es glaube ich noch zimmer als wir keine villa oder so ich suche nach urlaub nebenbei das ist das sind drei nächte im dschungel und fünf nächte am strand cool und drei im krankenhaus das klingt auch gar nicht schlecht dschungel camp die noobs sind im dschungel von der skyline zum bordstein zurück der sommer sind sind entweder nur immer neue maps wird er oder naja sind immer die neuen oder hauptsächlich immer vorherrschaft ha dieses match wird ein ganzes können auf die probe stellt jaa lieblings map nicht haben sie die teams immer aufgetan keine ahnung achtet fliegt erstmal was rüber genau schmeißen wir was in die tür rein friss scheiße alles in die box bring that box ach zu scheiße da stehen wir alle wir haben nicht weit genug geworden würde ich mal sagen drei stück haben wir erwischt vier ich korrigiere äh der pepperoni 11 äh der pepperoni 11 die olle wurst die olle wurst wie schade ein körper wer kommt wer will noch mal wow fuck bietze ich glaub vielleicht noch drei der münzen rein was vergessen na guter plan na hab ich schon ok ja und umsteigeln oben pass auf von rechts der donkey donkey und joshi kommt der fliegt wo oh da kommen alle hier man da hätte ich jetzt gerne einen super gehabt da schön rein blitzen da schön rein blitzen nach ja ja der hat mich schon getroffen weg springen war nicht mehr ich war fast tot ich hätte nicht kämpfen können nur ein bisschen hin halten ich habe einen super also wenn sie irgendwo auf dem haufen rumstehen sagt bescheid dann spring hier rein na scheiße ich bin auf einem millimeter vorsprung gesprungen und deswegen war es nicht am boden sondern drüber so ne kacke ja weißt du das lustige ist dann wenn du oben drüber bist erwischst dich also wenn du in dir da eigentlich ich oh was war das jetzt oh shit shit sekunde ne sekunde der einzige der leckte ist bei uns im team ja Ja, der Lack ist meistens der, der den Party hostet, also halt, das Match. Der Hammermann ist weg. Ach komm, links. Ja, verdammt. Das nächste Mal schieße ich nicht mehr aus der Hüfte. Der hat so lange auf mich geguckt und dann kamen noch ein zweiter hinter der Ecke. Ah god fucking dammit, wo kommen die denn immer alle her? Wir sind sehr verteilt gerade, wollen wir nicht wieder mal zusammenstellen? Ja, ich versuch's hier, das machen, dann kommen wir mal. Wir trennen uns da irgendwie grad zu der Länge nach auf. Ja, die Karte ist ja auch bescheuert. Vorsicht, die sind hinten rechts von uns. Oh, da oben im Schacht. Ja. Ich nehm's hier wieder außen. Ich hole wieder da drinnen. Hurensohn hat sich resurrected. Mrrrrr. Mach doch scheiße. Peperoni hat mich kaputt gemacht. In der Mitte haben sie das schwere, hier auch die Sonne. Auch? Wir schauen mal, dass ich den Super reinhau oder irgendwas. Nein, die Karte. Komm, sammeln schnell ein. Nein, scheiße. Äh, führen wir noch? Ja. Ne. Ne. Wir führen nicht, ja. Ach komm, das ist so geil. Mach ne Sturmangriff auf dich. Und der holt dich einfach mit seiner Schottgang aus dem Sturmangriff. Ich hab in der Mitte drei Stück, drei Stück, drei Stück. Arre, du probierst das mal. Scheiße, die haben alle drei genommen, ey. Das war nicht so gut. Das war wieder der Scheiß. Ich muss ansagen, wenn wir ein Super machen. Ja, Super musst immer zu zweit durch. Ich darf es nie brutzeln und alleine durch. Weil du dann nämlich beim Super dich... Einer läuft hinterher, kümmert sich um die Siegner. Ist ja gut. Jawoll. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße, der nennt die. Naja, der hat noch schwere Munen. Der hat mich Inseln weggehauen. Hehehe. Der bümpft jetzt. Weißt du, der bümpft jetzt komplett. Der Daniel mit dem Schulterangriff vorbei, oder? Ja, das war schon so. Das war gar nicht schlecht, weil ich glaub, dann bin ich hinter den gekommen. Ach, ich kann's mir doch nicht erzählen, dass du mich da wieder Shotgun erwischt. Manchmal lügt das Spiel echt. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Verrätselin, jawoll. Das ist ja super. Aufs Maul. Jetzt. Oh, blöder Penner, ey. Ich glaube, er ist ne ständig im Kreis, du Wichsel. Ich laufe von hier weg. Ich laufe von hier weg. Oh, Peperoni hat draußen, Hammer. Oh, Achtung. Da sind wir ja ganz gut dran gekommen. Wer hat meine Granate überlebt? Nein, dann war der wahrscheinlich sehr hoch im Lichtlevel. Oder nicht. Was ist ne Schokotrüffelgranate geworden? Nein. Die ist sicher alleine. Ich hab'n super. Ich hab'n super. Na ja, wo bist du? Ähm, beim Hasen und bei Jetty. Na dann, hau raus. Ja, zünd. Ich hab'n auch. Ja, die Peperoni, die Peperoni gelaufen ist. Sack der echt. Vorsicht im Mittleren, Raum steht oben einer. Ja. Späbplaner. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So muss das. Zimmer in Führung. Fünf Punkte. Konzentratione. Ja. Deine Verbündeten und du. Na fuck. Ja, die machen echt böse Schaden. Ja, die Flied ist 386. Der haut dich instant weg. Ja. Boah, verdammte Axt. Ich hab'n so wieder eingeholt. Ja, ja. Der Alex Hound mit seiner Shotgun ist auch der totale Boy. Ja, dieser Quantum, irgendwas was der hat als Shotgun. Vor allem, du renn. Ich renne an dem vorbei. Achso, ne, da ist ein anderer. Aber der eine, ich renne an dem vorbei und er holt mich aus und renne ihn raus von der Seite, muss ich mir denken. Mhm. Bitte. Bitte. Eine Minute. Bitte. Bitte.